Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem neuen Video, besser gesagt hier auf meinem Kanal. Heute soll es mal um einen Community TeamSpeak Server gehen und zwar um meinen mit unter anderem, wo ich auch mit bin. Also ich habe jetzt keinen eigenen selber, sondern ich habe den noch mit zwei anderen zusammen, unter anderem noch mit dem Leon aka Venom oder bei Venom Plays. Ja, mit dem habe ich auch schon das ein oder andere Video zusammen gemacht und falls einige von euch ihn kennen, einfach hält. Ich werde beide Kanäle mal unten verlinken in der Videobeschreibung, könnt ihr euch beide mal anschauen, machen beide super Videos. Und wir drei haben uns dazu entschlossen, einfach mal einen Community TeamSpeak Server aufzumachen. Den haben wir jetzt schon seit einiger Zeit offen, haben die IP aber noch nicht freigegeben, aber ich mache jetzt einfach mal den Anfang. Ich habe das jetzt mit den anderen beiden nicht besprochen, ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Also ich gebe euch einfach mal die IP, die steht unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr also ab sofort raufkommen, mit mir reden, wenn ich dort bin, könnt mit euren Freunden irgendwie reden, könnt mit euren Freunden zocken. Ihr könnt eigene Channel erstellen. Musik-Bots sind leider noch nicht drauf, glaube ich, soweit ich weiß. Ich habe die jetzt gerade nicht offen, aber ich denke mal, das ist auch eine ganz gute Sache. Und dann würde ich sagen, bis dahin, vielleicht trifft man sich ja, ja, vielleicht hört man sich ja. Mit dem einen oder anderen habe ich ja schon mal gesprochen, hat mich sehr gefreut. Und dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und bis dahin, ich hoffe, wir sehen uns des Öfteren auf meinem Server, auf unserem Server. Macht's gut, ciao!